Ich liebe Tiere. Tiere sind mein Leben. Sie bringen mir jeden Tag Freude. Ich heisse Simona Sigrist und bin seit 13 Jahren Tierärztin. Dies mit Leidenschaft. Und das ist Lili Bell, eine elfjährige Pudeldame. Sie geniesst es, mit mir unterwegs, auf Patientenvisite zu sein. Ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs, denn viele Patienten können nicht zu mir in die Praxis kommen. Der Allradantrieb hilft mir, dass ich überall hinkomme. Für mich ist es auch wichtig, dass ich genügend Platz für mein Material in die Hundebox habe. Ich muss in den Stall. Eine Ziege hat Schmerzen. Da kann Lili Bell leider nicht mit. Die Ziege hat Schmerzen, weil sie einen Abszess am linken Hinterbein hat. Hinzu kommt noch, dass sie Fieber hat. Ich bin immer froh, wenn es dem Tier nach der Behandlung besser geht. Das ist natürlich nicht immer so. Hinzu kommt noch, dass es die Arbeit erschwert, weil die Tiere ja nicht sprechen können. Im Elektromodus kann ich mit meinem Mitsubishi mehr als 50 Kilometer zurücklegen und schone dabei die Umwelt. Trotzdem fehlt es dem Motor nie an Kraft. Ich komme schon in schöne Ecken, hier in Tessin. Weil ich Alltagsstrecken elektrisch fahre, spare ich dadurch Benzingeld. Doch mit den Visiten ist nicht alles abgetan. In der Praxis warten nämlich noch weitere Patienten. Das Verhältnis zwischen Tier und Mensch finde ich eine sehr spannende Seite an meinem Beruf. Manchmal bekomme ich Patienten mit chronischen oder akuten Beschwerden. Dank meiner osteopathischen Ausbildung helfe ich ihnen gerne auch ohne Medikamenten weiter. Es kommt vor, dass ich nach einem Tag in der Praxis nochmals auf Visite fahren muss. Dank der Ab kann ich im Sommer den Innenraum meines Outländers vorkühlen und im Winter profitieren Lilibel und ich von der eingebauten Standheizung. Es gibt nichts Schöneres, als sich nach so einem heissen Sommertag im See abkühlen zu können. Gell, Lilibel?